Aufwärmen ist im Skisport sehr wichtig. Das gehört einfach dazu, wie das Handputze am Morgen. Ihr müsst warm sein und euch ein bisschen durchbewegt haben. Ich zeige euch drei Übungen, die bei mir immer dabei sind, aber ihr könnt auch vieles anders machen. Die erste Übung ist die Beine schwingen. Das ist super, weil dann habt ihr schon mal warm am Morgen und freut euch nicht von Anfang an. Die zweite Übung ist für die Knie. Die Knie sind enorm wichtig oder sie haben es streng auf der Ski. Ich kreise gerne die Knie so. Ich wechsle dann die Seiten natürlich und mache es auf beiden Beinen. Ihr könnt aber auch so eine machen. Das gefällt euch vielleicht besser. Und das dritte ist noch eine Dehnung. Ich mache gerne diese hier. Ihr müsst schauen, ob ihr es machen könnt. Sonst gibt es noch ganz viele andere Variationen. Ich, der Rennen fährt, brauche noch vieles mehr. Ich muss meinen Rumpf noch aufwärmen. Ich mache auch noch ein paar Sprünge. Und wenn euch das irgendwie zu langweilig ist, dann probiert es doch mit einer Schneeballschlacht aus. Oder vielleicht habt ihr noch eine bessere Idee.